Freigang. Schussversuch und war's für ein Tor. Laura Freigang zeigt an, hier bin ich. Zieht noch in die Mitte. Wunderschöne Flugkurve. Und sie kommt durch. Gute Flanke. Schussversuch und Tor. Für Werder Bremen. Jilke Diekmann. Super Vorarbeit von Michaela Brandenburg. Ein super Tor für die Bremerin. Umwiegeln. Wieder der lange Ball in die Spitze. Naschenberg. Was für ein Traumtor. Griffballverlängerung der Frankfurterin. Nicht gut geklärt. Katharina Naschenberg mit der Direktabnahme. Oh. Überraschung. Ausgeguckt. Super Schuss. Ausgepackt. Ein Wahnsinn. Und dann geht's sofort in den Konter rein. AVG. Und wieder Siems. Und wieder ist sie alleine. Und wieder kann sie's ganz alleine machen. Aber sie bremst ab. Links ist noch mehr da. Aber Caro Siems mit dem 2 zu 0. Doppelpack. Caroline Siems. Schön geschossen auch ins Kreuzeck. Toll gemacht von Siems. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.